Gestern war ein bisschen Glück dabei, heute ist es hoffentlich wieder einfach pures Wissen, was ich hier in der Kernprobe beweisen werde. Das bin ich aber noch nicht sicher, dazu muss ich erst mal die Frage anschauen, das werde ich auch sofort tun im Nerdquist-Kalender. Oh, die weiß ich, hoffe ich doch mal. Womit reisen Bill und Ted im Kinofilm durch die Zeit? Jawohl! Das ist übrigens jetzt hier diesen Sommer rum, hat da jemand vorgeplant, um den Drehraum müsste Teil 3 endlich anlaufen. Bill und Ted Face the Music, ich bin sehr gespannt, was der können wird, hoffentlich wird er gut, aber muss man mit Vorsicht rangehen gleich. Eine Telefonzelle natürlich, yay, volle Kanne Hoshi und das Leben, Granaten stark und bunt, mein Gott, ich kriege meine eigenen Bill und Ted Sprüche nicht mehr durch. Wie peinlich, jedenfalls Bill und Ted, super, schöne Frage.